Heute zeigen wir euch, wie man aus einem Einmachglas eine Sauraka-Box macht. Dafür braucht man einen Pinsel, eine Schere, Papier, Bleistift und Radiegummi, ein Edding, Stifte, Tixo oder Kleber, wir nehmen jetzt Tixo, deckende Farben, etwas wo ihr eure Farben reinmachen könnt und ein Einmachglas nicht zu vergessen. Zuerst müssen wir noch ein Blatt Papier zurecht schneiden. Und jetzt müssen wir es noch gestalten. Währenddessen bemale ich den Deckel. blueses Bindersäten Bei einem Motorrad Pfle pfle tfle Pfle 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 Jetzt warten wir, bis es trocknet. Jetzt sind die Sachen getrocknet und wir haben den Deckel noch mit dem Wort Sadaqa beschriftet, was auf Arabisch Spende heißt. Und so haben wir aus einem Einmachglas eine Sadaqa Box gemacht. Das Video hat euch gefallen. Assalamu alaikum. Bis zum nächsten Mal.